Mein Name ist Inge Binsberg. Ich habe meinen Namen schon viermal geändert, weil ich dreimal verheiratet war. Ich bin jetzt bald 94 und ich bin in einem Programm vom Dr. Chopra, dass man 120 werden kann. Das habe ich vor wie ich 80 war, habe ich darüber in der Weltwoche geschrieben, weil ich für die Weltwoche Journalistik war, wie viele Jahre. Daraufhin hat mich der Eschbacher eingeladen und hat sich wahnsinnig lustig gemacht. Kurt, jetzt bin ich 94, ich bin immer noch da. Er hat sich damals schrecklich lustig gemacht.